Und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Rising Revention. Ja genau, jetzt kommt eine Vize-Sequenz. Alles okay auf deinem Seite? Ich bin aus dem Colorado Airspace und nichts auf dem Radar. Gut. Ich bin fast da. 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 für dich zu töten. Oh, gut. Haha, das ist sehr gut. Ja, ich mag das. Muss du wirklich kämpfen? Don't interfere. Das ist zwischen uns. Ja, genau. Let's dance. Okay, dann lass mal tanzen. Zack. 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 Ja, der vorletzte Endboss. Es gibt nur noch einen Bossfight nach ihm. Und ich denke mal, viele von euch wissen schon, wer der letzte Boss ist. Ja. Ja. Zack. Ein Typen, wo man denkt, der ist einfach voll schwach. Und der ist auch schwach. Fettabend. Ähm. Alter. Ich hab überhaupt keine Zeit für dich. Bam. Also geh mal, bitte. Krippieren. Bam. Zack, 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 zack. Ja, okay. Bam. 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 Am besten hilft's, wenn man diese Attacke macht. Also, wenn man, ja. Aufpasst, dass er, wenn er angreift, hier verteidigt. Und sonst nur hier immer so angreift. Wie vorhin. Ja. Wie schon gesagt, aufpassen, wenn er angreift, dass man sich verteidigt. So, wie ich jetzt kämpfe gegen ihn, kommt's mir vor, als ob ich noch nie gegen ihn gekämpft hätte. So hab ich am Anfang gekämpft. Mein allererste Mal. Ich darf nicht so viel schwätzen. Ich hab ihn schon auf Revention ohne einmal so verletzt, also dass ich verletzt werde, besiegt. Also. Nach hinne. Boah, das dauert noch 10%, muss ich ihn abziehen, damit er seine Waffe wieder nimmt. Ich kämpfe jetzt nicht bis zum Schluss gegen ihn. So. Kann man sich auch denken. Das ist nur für eine kurze Zeit, wo er gegen uns kämpft ohne ein Schwert. Respekt. Ja. Ah, ging super schneller. 47% hat er noch. Bam. Jetzt hat er 45. Passt doch. Jetzt müssen wir ihn runterschlagen bis 0,1. 45%, genau. Runterschlagen. Und dann hat er 0,1. Okay, los geht's. Vielleicht geht's auch früher. Jetzt kommt die beste Attacke von ihm. Bam. Bam. Und jetzt kommt meine beste Attacke. Bam. Zack. Oh, warum hast du dich nicht beteiligt? Alles mal auf Raiden schieben. Naja, Raiden. Nimm's nicht tragisch. Der hat dir kaum was abgezogen. Zack. 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 Story spielen, wo man ihn spielt, also Samuel, also Sam, Abkürzung von ihm, sein Name, Sam, wissen wir aber schon, ähm, die Story kann man auch noch socken, ist bestimmt geil, werde ich mir noch holen, und werde ich auch let's playen, sobald ich's hab, aber ich hab's noch nicht, ich weiß nicht mal, ob die schon draußen ist, glaub schon, zack, zack, bam, jetzt geh doch endlich mal grapieren na man, das dauert viel so lang zack der hat mir noch nirgends einen Container gezogen wie lange braucht der dafür na ja, ich brauch auch voll lange um sein Leben um sein Leben runterzuziehen mit so einem Billigwert zack, oh, was was war das, ich hab die Tastenkombination gedrückt und dann hat der mich angegriffen na warte, das geht doch hey, lol das glaub ich nicht, jetzt im Schluss, da gibt er mir nochmal richtig auf Schwierigkeiten schwer, das glaub ich nicht aber komm Riden, bewegt dich jetzt haben wir ihn ich denke mal, das Spiel ist aus Fulltime is over playtime's over ah 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 Er ist tot. Er hat kaum ein Cyborg-Enhancements bekommen. Was diese Ergebnisse notwendig? Evidenz? Inkonklusiv? Ich denke, dass sogar A.I. nicht alles wissen. Es ist wahrscheinlich kein einziges Antwort aufzunehmen. Insofern, ein Konflikt von den Idealen und Gesellschaften. Ich war nicht mit diesen Regeln. Du bist besser ausfügt das für dich selbst. ID. Locked. A VT-7 High Frequency Blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My viam indicates Sam inherited the sword from his father. Going to bury it? I will retain it. In memory of Sam. check out the next two options. Stay in the north. We have less than one hour, hurry! Roger that. I have to get to get to the point. Ja, das war der Kampf gegen Sam. Ich fand den Kampf cool. Ganz ehrlich, der ist richtig cool, der Kampf. Ist schwach, aber cool. Okay. Das macht richtig Spaß, gegen ihn zu kämpfen, finde ich. Na gut, jetzt kommt der letzte Finale. Letztes Kapitel. Okay, erstmal Brennstoffzelle kaufen. Die letzte. 80.000, boah. Und, was gibt's hier? Verbesserung. Ich bin mir nicht sicher, jetzt haben wir die Waffe von Sam. Ähm, ob man die schon tunen kann? Nee, schon mal nicht. Nee, kann man noch nicht tunen. Ach komm, dann tune ich halt die Waffe. Fertig. Fertig. Kann man nix mehr tunen. Ich bin fertig. Okay, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Aber jetzt kommt eine Videosequenz. Tschüss. Möjungs,�니다. Und, wenn wir das wiedersehen, ist, kann man ja noch nicht tunen. Ja, ich bin mir ganz, ja. Und, wenn wir das passieren können, ist, ist, dass wir es hier funktioniert. Und, wenn wir das nicht tunen, müssen wir das nicht tunen. Oh, oh, Ikami-chan! Sokawaii! Are you, uh, Mr. Raiden, Sir? Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here! Hi there, stranger. Hey, you're looking good. Aw, who's your little friend? It's a long story. Jake? Good boy! I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. Okay. So exactly what kind of... You'll see. You built that? Yep. It uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sunny. Hmm? Mm-hmm. The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Roger. Ready for countdown. No time for that! Ignition! Oh! Ow! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020